Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft 2 und der Gebüß. Ich hink auch noch mal kurz. So, muss reichen. Warum stehen wir hier? Weil, ich habe es ja mitbekommen beim letzten Folge, da war es abgekackt. Beim Haus. Musste ich mal wieder die Vision und Optifine starten und dann da wegbewegen, deswegen starten wir diesmal hier. Gehen noch mal zum Haus. Und es läuft wieder, das ist echt ein komischer Feen, der da ist. Weil jetzt da irgendwas komisches gerendert wird. Da. Die Glätte sind schon mal keine Gegner mehr, wie man sieht. Auf jeden Fall liegt es an, ob ich vor allem etwas kann ja nicht rendern, entweder vom Schützenmod oder vom Deko-Craft-Mod oder keine Ahnung. Aber es war schon immer hier beim Haus. Schon seit Anfang an, irgendwie. Das heißt, Eko-Craft hatten wir da noch gar nicht benutzt. Muss irgendwas anderes sein. Schüssel hatten wir da auch noch nicht benutzt. Also keine Ahnung, woran das liegt. Wahrscheinlich Optifine selbst. Weiß es nicht. Vielleicht ist es auch die Insel. Keine Ahnung. Also die schwebende Insel da um. Ähm, aber wir wollten ja was probieren. Das haben wir mal gemacht. Ähm. Hier haben wir die Bit. Wir machen jetzt mal... Ne. Das war da. Das ist der... G war das. Meine Güte. Muss man erstmal rumprobieren wieder. Hä? Baum. Ach, jetzt geht's plötzlich. Okay. So, dann würden wir hier so ein Fall machen. Sag ich mal. Dann hier. Okay. Ne, das ist zu doll. Wo hab ich jetzt Andu draufgelegt? Aha. Ja. Ich muss das in Kriegen mehr Mittigchen zu machen. Das müsste dann hier sein. Ich hoffe, das ist etwa mittig. Weil dann können wir das so machen. So. Wo soll ich das wirklich so breit machen? Können uns das jetzt theoretisch aussuchen. Erstmal. So. Da würde ich gerne dann... Wackel drauf platzieren. Genau. Weil das so die nicht schütteln können, oder? Können wir? Schön, glaub ich gar nicht probiert, ne? Es ging mal, dass man die schütteln kann, aber ich weiß nicht, ob das in dieser Version auch noch so ist. Ich glaub ja nicht. Ne. Mach das so kacke. Ähm. Den anderen Schütteln mod wieder haben. Aber für ihn ist es besser. Hier gibt's mit Böcke. Das ist doof. Okay. Also. Dann haben wir die Glass Pains. Die wir nur kacke hinsetzen können. Die wir nur kacke hinsetzen können. Ähm. Na, das geht nicht. Ach, Mann. Na, das geht nicht. Das geht nicht. Du wirst du mal sein office. Foss ran호gerieren heute rein drunk. Dann ist das controlöser. Wache, dass du denn schon kommst. Dann ist das klar draufpasst. Währendst du Tanke und wie gerne in die ähnlich breakiert wird. Da fühlt mich FARDR usw. Okay, ich schon mal pride. das geht doch schon mal können wir noch oben drauf hoffe das funktioniert ach ich weiß warum das nicht funktioniert natürlich da ist das wieder so machen so kompliziert davon mehr hinstellen wollen das müssen wir ja so ungefähr wäre das dann geht eigentlich oder die da bloß jetzt ein bisschen zu dicht dran toll mein ohr juckt verdammt alles kompliziert oh mein So, da geht der Weg nämlich jeder. licht sollte es auch machen wenn man sieht also das würde funktionieren dann ein problem guck mal die weide ist gewachsen und eine kleine weine ob das noch mal austauschen ich krieg das noch mal weg so war das effekt so das kopieren jetzt überall hinsetzen wenn wir das richtig einstellen da noch ein hin aber nicht überall licht aber halt hier so am weg an den wegen dann muttert schon sein erst mal so recht erst mal dann erst mal es ist hier natürlich nicht super sicher ich könnte auch statt den torches diese illumina dinger rein machen aber hier lassen wir das mal so als wir irgendwo mal irgendwas bauen dann können wir das da immer noch machen hier machen wir auch das einfache wieder was hier licht ist hängen da alle beim heuer um das schlimme durch so das auch hier noch ein aber damit hier auch ein bisschen nicht ist könnte man da oben und gerade überlegt noch zum insheim machen es ist ganz offen aber was machen wir noch so und hier sehen wir dann eventuell noch einen sitzen könnten zum beispiel da ist besser das ist besser sollte reichen die weg müssen wir wieder kummel ja büssen wir da ist ein bisschen doof dass man da echt muss aber nicht anders da kann ich ihn leider nicht aufsetzen kann es machen aber und dann kriege ich die einzelnen wird es anscheinend wieder gut ist jetzt nicht besonders interessant aber ein schönes gebäude hier haben da nicht was ach so die habe ich nachträglich gesetzt deswegen sozusagen nur ein windschutz und wir müssen noch mehr von denen noch mehr von dem glas machen aber jetzt gibt es diesen freisatz modus das sind nur die vorgegebenen stellen werden wo wir das nützen können hätten wir ein problem da wird das nicht hin das ist nämlich ein glas so so ja nochmal mit james bewusst ich jetzt gar nicht, dass es aber trotzdem ist es in minecraft komisch, dass man da manchmal da nicht vernünftig blöcke setzen kann so so bleibt blöbchen na hier muss auch ein blöbchen leiden kurz hochlaufen kann auch manchmal ein fruch sein ne auch noch ein ich hoffe das gras wächst trotzdem noch da rum ja krass sogar hier wieder da kommt noch da müssen wir erst mal ins rum ups jetzt haben wir die falsche zoom perfekte ach muss man sich ein bisschen konzentrieren mal leicht so den hätten wir auch auch mal blumen weg machen aber wenn man sich erst mal daran gewöhnt hat geht das ziemlich schnell von der hand hier wäre natürlich lieber wenn man alles komplett korrigieren könnte also das ganze gebildete nachher nicht nur mini teil hier nochmal ja da fehlt die fackel ich weiß aber ich setze noch gleich ein na komm wirklich so so und das letzte erst mal dann haben wir das auch mal geschafft hier dann glaube ich werde ich mir doch nochmal die andere axt machen die andere wiederholen haben wir die halt doch umsonst gemacht aber das ist nicht so schlimm ok ok block star diese hier können wir die da reinsetzen oder obendrauf und einiges vereinfachen oh perfekt das vereinfacht es aber ordentlich habe ich ganz vergessen dass ich die auch noch gemacht hatte so dann wieder hier so fertig ist beleuchtung hier finde ich gar nicht mal so schlecht weiß nicht was ihr dazu sagt aber ich finde es gut ich habe trotzdem noch angst vor creepern dass sie hier einfach rum spawnen aber wir gehen erstmal zurück äh äh das hin da rein ach die pflanzen habe ich vergessen wieder hinzusetzen ähm das war's ähm das war's ähm ja machen wir mal die rein das ist was äh 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 terratron caterer und die andere ich packe erstmal da rein die axt leider erst mal in fort ich frage mich gerade ob sich das wirklich lohnt die aus papier zu machen weil die geht echt schnell kaputt wenn man gesehen hat müssen wir doch noch andere materialien verwenden erstmal mache ich einiges rein und das bei den nassos die stäbe natürlich die lager ich auch erst mal da drin noch mitgenommen man die tortschwick das kann da rein den zauern brauchen wir nicht mehr und das ding und erst mal ausgemüllt die hacke wollte ich machen also kobold haben wir noch wir machen uns wie gesagt jetzt eine normale hax ich denke mir viel blöcke aber dabei ist das ja das genau so kann schon mal arbeiten heute noch mal das buch das war noch mal aus die zwei dinge können wir jetzt auch benutzen so äh buch 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 da ähm materialien also das bleibt der kobold kann man noch die durchs rücken wir müssen beim händeln mal gucken mobility ist das hier minus 200 echt jetzt jetzt minus durability hat der das höchste vielleicht bei dem anderen da können wir zwar weniger modify drauf machen aber auch egal hauptsache das ding hält länger ist eigentlich papier 5 nicht so prickelnd und es fehlt bei der anzeige dieses große ding ach das kriegt als extra immer generell ok naja ist egal die besseren glaube ich ja also wäre 100 echt das beste die 250 männer männerlinden brauchen wir männerlinden wir haben aber noch mehr bei kupfer dann über hier aber dafür sind die effekte schwach sind das wäre gut kubald wieder ja also die beiden aus kobold und dann einen aus dem männer nennen ok ähm den aus kobold nur so weit da brauche ich überhaupt das große mein ding dafür da bin ich schlau und gucke gleich hier rein was wollen die machen ne wir brauchen das kleine nur ach nur ein kleines den hier den wollen wir gar nicht mit den händeln den würde ich ja aus also den rot händel verdammt wie soll das der kleinen ja gut also noch einen du solltest da nicht auf den nochmal aus kobold so perfekt jetzt noch den da brauchen wir einen männerln jetzt müssen gucken ich glaube männern war kobold und adit sicher werden wir aber gleich sehen ups wir haben nur 10 adit oh und er died ich habe keine ahnung wo es geschwommen wird deswegen spreche ich es aus wie ich es möchte komm mal her gucken ob das funktioniert ich denke ich auch oh ich will es aber nicht ne aha jetzt ist das da hinten zu sehen dummdi dumm wir müssen warten immer dieses warten oh das ding will ich diese Folge gewesen auch fertig machen hier können wir schon mal auf set da hingehen du schmelzt doch endlich und da haben wir da sind die drei teile das kommt weg so so weit ohne speed plus 10% er hatte nur mining speed 12 ich manchmal nicht so ich glaube auf mending verzichte ich tatsächlich weil mending funktioniert ja nur wenn man level bekommt wir bekommen beim hacken kein level deswegen war das schwarze dass ich dann mending drauf gemacht habe wir machen hier das übliche emerald diamant und falls wir es schaffen falls es geht redstone mal gucken ob wir da was drauf bekommen geht plus 18% ging aber nur drei blöcke weg oh man haben noch mehr mining speed so dann nähern wir uns mal wieder aus dann hacken wir mal den willow tree da so ab einfach um zu gucken wie schnell wir den hacken das ist doch gut das ist doch gut das ist richtig gut bum bum genau so wollte ich das haben perfekt die haben wir sogar gleich gleich ein der andere baum ist auch fertig geworden auch noch so ein kleiner geworden immer nur so kleiner moment moment das machen wir jetzt anders das machen wir jetzt anders so immer wieder ein bisschen er hackt wieder immer später als sonst nur 30 minuten okay aber das machen wir jetzt noch fertig und wenn wir hier schöne große beime haben dann nehmen wir aber nicht diese hacke die ist ja nur für kleine arbeiten gedacht sondern nehmen wir wieder unseren gerar trunche keine ahnung nennt es wie ihr wollt oh wir kriegen echtbirnen weil der macht auch gleich die blätter weg da oh was haben wir denn von dem Hermes was was schade als man da nur von Biomisch machen kann nicht schade ne von dem her einen großen baum entgeht ne die sind ja nicht connected und dem geht das gerade angst gekriegt sind doch noch ist von dem nur kleine schade wir kommen aber nur so ein kleines wenn du davon gerne so ein riesenbaum nicht so ein kleines büschbrünnchen weißt du wenn man sonst diese anpflanze diese oak trees die hat ich anders dann kommen so ein riesen wenn man es nicht haben will dann will man einen haben und dann kommt keiner ich gebe es auf so gucken wir mal hier ich weiß nicht ich sage nicht irre ich mich auch von denen gibt es auch nur diese eine variante wenn immer so schade ich ja nix wir kriegen ein bisschen holz an dem macht ja auch nix wie ein spezial holz hier büden kriegen wir auch naja wird immer nur so die büden haben wir gar nicht gekriegt mehr nehmen wir uns mal gesund ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht wie ein drittes für eine frucht ist per simon eine art kaki oder so kein plan müsste ich googeln weil das wort kenne ich auch nicht auswendig na gut aber ich denke mal damit haben wir es hier abgeschlossen wir haben licht wir haben wirklich immer noch Sachen das ist gut und dann zwei bäumchen na gut hier hinten ist immer noch nicht schön aber das ist egal ja hier das wollte ich noch ausbessern vielleicht das ob der schön optisch optisch schöner aussieht optisch so aber jetzt machen wir es am Ende das machen wir in der nächsten Folge vielen vielen Dank fürs Zusehen und wie gesagt in der nächsten Folge sehen wir uns wieder falls ihr Lust habt habt einen schönen Tag Abend und Nacht und bis dann bye bye abonniere 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 abonniere